Hallo Freunde, für eine weitere Map Vorstellung heute ist die Udland dran Wir schauen mal rein und let's go Nein Äh, ok Ist noch interessant Ehrlich gesagt Äh, ja Ich bin hier So, was haben wir hier noch? Die haben direkt schon, aber warum ja schon Gut Ja, ja, ja Okay So Haben wir schon, das war ja der Shop hier Oh, gut, dass ich dran denke Schnell Wenn ich mal besuchen Ja Na los doch hier Die Idee ist ja was gut Ja, das ist doch hier Es ist so Interessante Weltweilen Terrace bald Dias Wir sind Wir sind Hörpfe Dom Obel good boy net oben geht so weiter geht ja ja okay war mir schon hier ist auch so jetzt die tanke ja noch interessant ah mit rampe ja gott sei dank kannst du mal rein kannst du mit dem wagen hinfahren gut jetzt ist es auch nicht mehr so notwendig glaube ich sogar glaube ich meistens sogar mit dem hin vorne ich glaube die meisten kannst du ja jetzt auch mit der wagen hin fahren glaube ich die verkaufstelle holz 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 überall das zeug hier da das katholik mit der und meine da muss er hinten sein, weil ich erst die andere Verkaufstelle ein bisschen zu tief, egal, ist ja noch mal ein Abladeschild was, da kriegst du gar 5.000, Juge, alter Gott sei Dank, schild dir das auch, ja ein Video war ja noch eine schöne Nett, oder? ja so, wo er in der Kalker ist hui hui ich sagte 5.000, 500.000 Jesus hui hui hier ist die Ankaufstelle hier ist in der Meinen aber wie gesagt, wir können diese Map ja selber anschauen das ist ja wieder die Weintrauben äh ernte braucht die schon hier die mal drei gab nichts, aber wäre ein gutes Bestück gewesen ja, dann nutze ich dann hier auch noch selber ein Ding würde voll körper das wäre jetzt instant körper, aber nicht sorgsache propfen sich was, da wäre so instant körper gewesen, man hier ist okay Zuckerfabrik die sind so oben egal Supermarkt ja, wir kennen ja eigentlich schon das Zeug hier eigentlich in der Glauben sind ne ah ja der Hof ah ja der Hof der Hof ja da wir mal ja das ist auch gut gemacht aber natürlich wieder keine art oder nein was will ich diesen miniatürstück mein gott so wir brauchen jetzt irgendein auto wieso bist du gut gemacht sag mal wieder auf die märz ja gut gemacht ja warte mein heil ist einfach irgendwie so lustig gebaut hier danke hier hinten wieviel zeit haben wir jetzt schon verblödelt haben wir schon 10 minuten aber ich finde gut das scheint die werbetage mit uns genau ausgetauscht hat das werde ich sagen das war schon wieder von dieser mapp vorstellung ihr könnt ja den rest selber erkunden ihr könnt ein bisschen schon was wenn es euch gefallen hat lasst bitte einen fetten daumen nach oben da schreibt mir in die kommentare wenn ihr die map findet ihr findet die map schön dann ja folgt mir bitte auf twitter und instagram das ist dann mein titel mit dem abonniere button das ist nochmal ein zweiter aufgelenkt ich bin auch ganz schön ich habe dann das ist alles gemacht habe oder ja ja wie gesagt folgt mir bitte auf instagram und so und äh sonst ja äh wie gesagt bitte vergeht nicht abonniere an er vorgelegt hat man zwar genau sie mal hat er trägt das ist mein Ziel auch immer und er ist auch immer die Logen und sonst ja dort aktivieren leiten kommentieren und sonst hat es sein wie es gemacht haben und schaue Leute